Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Sieper, jetzt mein Thomas. Genau, Leute, ich bin heute als Baby am Start. Ja, Leute, wir sind wieder am Start und ich habe heute mal einen Blag am Rack. Einen Blag am Rack, ne, ihr wisst es, Leute. Einen Blag am Rack, wo bist du denn, Daddy? So, Daddy, ne, so kann man es auch sagen. Wir müssen erstmal hier in unserem Haus die Wände gestalten, Leute. Die Wände, oh ne, die Tapete gefällt mir nicht. Wir haben sieben Bugs, Leute, sieben Geld haben. Wir machen so eine ganz klassische, was nehmen wir denn? Wir nehmen hier, was nehmen wir denn? Oh, ja, blau ist gut, blau ist gut. So, jetzt hier Wände, passt schon. Was für ein hübscher Design. Ja, das Deutsch ist auch hübsch, aber okay, Leute. Lasst uns jetzt kundenspezifische Möbel hinzufügen. So, Sachen folgend, okay, okay, was machen wir denn jetzt hier? Selten, ja, das können wir uns fast leisten für tausend. Aber, Leute, egal, bevor wir da weitermachen, mit der Bearbeitung aufhören, abschließen, nehmen wir mal ganz kurz raus. Und, Leute, heute ist der Tag gekommen. Wo ist mein Baby hier? Ich bin Fußball spielen. Wie Fußball spielen? Du wirst doch nicht mal Beine, Mensch. Doch, Fußballplatz, Beine, weil, das reicht aus. Nein, 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 das kann doch nicht der Ernst sein. Wo ist mein Blag hier? Hey, komm zum Fußballplatz, wir wollen Fußball spielen. Okay, okay, ich werde ausgezahlt. So, ich bekomme 27. Ich habe 20 bekommen. Okay. Ganz auf einmal, meinst du ein Fußballspiel? Ach, da, ich sehe dich, ich sehe dich. Nein, du riecht dich nicht. Ich glaube, ich habe mir sogar schon mal ein Fahrrad hier gekauft, oder was? Oh, jawohl. Das war richtig schön. 1-0 steht jetzt bei mir. So, und jetzt kommt die Gegenseite. Auf der Suche nach einem Baby, ich brauche immer noch ein Elternteil, auf der Suche nach einem Baby, ich adoptiere. Auf der Suche nach einem Baby, brauche ich... Ey, da bist du ja. Was will der denn? Da bist du ja. Ey, nein, du kommst nicht in unsere Familie. Wir haben sogar schon eine Familie, oder? Warte mal, let's add some people. Verlassen. Und? Wow, ich habe den Ball richtig gedröbelt. Warte mal, ich mache mal eine Familie, ne? Ja, mach mal. Hä, warte mal, das ergibt doch keinen Sinn. Ich drücke auf Erstellen einer Familie. Und dann steht da, ich soll eine Familie verlassen. Dann drücke ich Ja. Und dann drücke ich wieder auf Erstellen einer Familie. Und dann muss ich wieder verlassen. Das macht keinen Sinn. Ui, 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 das ergibt keinen Sinn. Hä? Die Adoptionfeuer beginnt gleich. Hä, gehen Sie zum Kindergarten. Ja, lass zum Kindergarten kommen. Geh! Okay, bist du auch da jetzt, oder? Ja, ich bin, ich bin da. Okay, wuhu. Warte, ich komme auf deine Schulter. Hey, warte mal, laden. Ach, ich kann dich jetzt einladen, oder? Bist du drin? Ja, ich bin drin. Okay, wie heißen wir eigentlich? Wir heißen Familie. Ah, ich kann jetzt nicht einen Familiennamen machen. We are family. Ne, nicht das. So, das ist unsere Familie. Oh, ich bin gut eingeladen. Geh! Ablehnen. Komm, lass uns das da hinten hin. Warte mal, wir müssen jetzt eine Familie gründen. So, hier. Oh, ich habe echt wenig Spaß. FK ist jetzt auch mit am Start. Komm, Mensch, nicht rumheulen. Ja, komm rein hier. Ja, sie sind alle willkommen in der Familie. So, komm rein hier. Ja, Mensch, ich adoptiere. So, ich lade sie direkt mal hier in unsere Familie ein. Alle einladen hier. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Wir nehmen, was wir bekommen. Leute, man kennt so. So grillt man eine Familie. Man kennt die Leute nicht. Alle einfach einladen. Alle. Die größte Familie. Werden die, wie ist denn immer? Wollen die es oder so? Ja. Wollen die 2.0. Genau, das wird es. Das wird es sein, Leute. Das ist echt langweilig hier. Was? Dann komm mal mit, Baby. Wo bist denn du? Boah, ist sie stark. Boah. Ey, gib mir mein Baby, Mensch. So. Ey. So. Und wen kann ich jetzt noch mitnehmen? Ja, ey. Ich habe meine Spaßanzeige schon richtig niedrig. Also mach mal was dagegen. Ja, hallo. Ich bin auch noch ein Papa. Und Hunger und sauber bin ich auch nicht mehr so ganz. Du bist nicht sauber. Ne, und Hunger brauche ich auch mal. Weißt du was? Es gibt eine Lösung. Was? Schau ab. Ey. Yeah. Schwimmen, wank, schwimmen. Nein. Ich habe nur Sauberkeit. Oh. So lustig ist das hier nicht im Wasser. Ey, Till. Der Till, der will auch zu uns, ne? Ja. Den schmeiß ich auch direkt von der Brücke. Warte. Oh, bist du fies, ey. Guck mal, der hat keinen Spaß mehr. So, jetzt hier. Der arme Till. Nein, nicht raus. Okay. Ich will. Wollen wir mal gucken, wie lange in der Familie bleibst, seitdem ich mich ins Wasser geschmissen habe. Oh. Guck mal, der kommt noch nicht raus. Nein, Tim, ich rette dich. Oh, so, okay, ich habe Tim gerettet. So, ich rette dich auch. Ein Moment. Ich hole deine Hilfe nicht. Warte, Baby, bleib hier, bleib hier. Wir klären das schon. Nein. Nein? Warum das denn? Ich will nicht, wir Fußball spielen. Ah. Go-Kart. Go-Kart for sale. Ey, Baby. Thomas, Baby, Thomas, das Geld haben wir nicht, Mensch. Wie ist das denn? Ich habe nur ein Robux zu verarschen hier. Nicht nur so ein halbes Go-Kart. Oh, ich wurde gerade da ertappt. Ich darf mein Baby hier eigentlich nicht von der Klippe schubsen. Aber egal, habe ich ja nicht getan, ne? Hä, Fußball bringt gar keinen Spaß. Was? Dann geh schaukeln. Ja, okay. Wo habe ich denn hier einen Schaukel? Weil meine Spaßanzeige ist minus zwei. Ja, warte, das klären wir jeden Moment. Ja? Ähm, wo ist denn hier der Spielplatz? Da hinten. Da, da spielst du ein bisschen, okay? Bringst du mich da hin? Ich trage dich da hin, dass du rundum Sorglos... Oh, das ist nett, weil... Ja? Mein Hunger! Oh, das sieht auch gar nicht gut aus. Also, kannst du mir auch einen Hotdog oder so bringen? Klar, gerne doch. Na, danke, mach mal. Kann ich das machen? Ich weiß gar nicht, ob ich das bringen kann. Ey, boah. Warum ist es viel Spaß? Nein. Echt nicht? Ne, gar keinen. Wie? Guck mal, ich sterbe hier fast. Hey, wie du stirbst. Ist das? Ah! Aber ich bekomme 20 Dollar dafür, dass du stirbst. Das ist krass. Ey! Aua, 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 aua. Hey, du hast noch Spaß bekommen. Na, hab ich auch ein bisschen. Ein bisschen. War eigentlich nur Spaß. Der Spaß, dass du Spaß bekommst, ne? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal jetzt. Warte. Wow! Okay. Warte, ich bring dir jetzt was zu essen. Ja? Ja, guck mal was. Habe ich hier was? Laden? Ne, habe ich nicht. Inventar? Ey, doch, ich hab was. Echt? Ja, warte mal. Hier, gönn dir. Okay, ich nehm's hier, komm. Ah! Warte, wow. Alter, mein Baby. Siehst du das, was du Pirouette nicht trinken kannst? Ey, ich kann nicht, ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Hä? Warum kannst du nicht essen? Hier, ich hab das dir gegeben in Luft. Jawohl. Warte, wie esse ich das denn jetzt? So, und essen. Und? Mmh, boah, die Anzeige, ey. Der Apfel tat richtig gut. Ist gut, ne? Ja, übertrieben. Kann man lassen. Wo bist du denn jetzt hier? Ich suche gerade was zum Essen. Hier, ist das in der Wartung? Das war früher eine Eistino oder so. Okay. Ähm, was gibt's denn noch so? Familie, Inventar, Laden. Leute, miese Zeiten. Wir haben halt nicht so viel Geld, ne? Die Familie, we are family, die hat andere Prioritäten. Ähm, besonders gibt's hier für Babys. Wir haben mehr Erwachsene als Babys, oder? Ne, ja, es ist ausgeglichen. Es ist ausgeglichen. Was sind denn die anderen Prioritäten? Ähm, ja, das erkläre ich dir, wenn du groß bist, mein Kind. Ah, okay, okay. Ja. Ich verstehe. Weißt du, du solltest mal dein Kind mitnehmen, anstatt wegzurennen und irgendeine Kacke zu machen. Du solltest doch auch irgendwann laufen üben, Mensch. Achso, so ist die Ausrede. Ist klar. Nein, so ist es. Ey, ey, ich wollte dir mal ein Schild zeigen. Das hier. Ja, das hab ich nicht gesehen. Ne, das kann ich nicht deuten. Also verstehe ich nicht. Ah, okay. Ich dachte mir das schon. Ne, nur so. So. Rein da in die Eisdiele, würde ich mal sagen. So, Baby. Ich gehe hier gegenüber. Hä, wie? Nein, du kommst jetzt hier rein. Ich weiß nicht, wo du bist. Da, wo es Eis ist. So. Ah, hier ist, glaube ich, Eis. Ja. Nein. Nein, hier ist doch kein Eis. Hä? Ich will es nicht veräppeln. Da war nur ein Schild. Da war so ein fetter Eiskugel, Mensch. Ja? Thomas? Ja? Jetzt aber nicht für dumm erklären hier, ne? Hä, was denn? Ich wollte doch gar nichts. So, bist du jetzt drin? Nein. Meinis, komm rein. Wo bist denn du? In der Eisdiele. In der Eisdiele? Ja. Hä? Ich bin hier die ganze Zeit am Versuch, meinen Eis zu machen. Eis zu essen. Wo bist du? Hier, eine Eiskugel. Boah, komm. Ich esse das doch gerade auf. Man muss immer alle Kinder mittragen, ne? Man merkt, der ist noch nicht reif, der kleine Bursche, ne? Da ist Eis. So, warte mal, wo kann ich mir jetzt hier so Eis nehmen? Eis, lecker. Achso, achso, das ist kein Eis. So, zack, zack. So, dann nehmen wir uns mal ein Hörnchen. Ich komme ja selber. Nein, hier, gönnt ihr. Jetzt habe ich zwei. Echt? Oh, lecker. Komm, wir gehen weiter. Jetzt hast du Hunger wenigstens voll. Sauberkeit, Müdigkeit. Du musst ja immer noch sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich dich schlafen legen kann. Wahrscheinlich, wenn ich dich in den Kinderwagen lege oder so. Aber da muss ich dich leider enttäuschen. Das Geld haben wir nicht über. Nein? Ne. Okay, da nicht. Was? Ey, ist das der Fortnite-Bus? Wie der Fortnite-Bus? Du gehst da jetzt runter, Mensch. Hier links? Na klar. Hausarrest? Was? Da gehst du drauf. Ich bin da rein. Du gehst da rein. Und? Fliege Ballon. Fliege Ballon. Fünf Dollar, nehmen wir. Okay, komm. Fährt in einer Minute. Oh, ich kann es kaum erwarten. Oh, 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 oh. Und Leute, der Ballon, der fliegt los. Hast du schon Spaß? Aber kann ich mich da eigentlich hinstellen? Ey, komm da runter, Mensch. Gesponsert, wie gesponsert? Wie unfair ist das denn? Hä, was hier? Ich habe den noch geholt. Hä, ich habe den noch geholt. Nein, ich habe den geholt. Jetzt lädt ihr mich noch in die Familie ein. Ich glaube, es geht los. Das kann doch nicht der Ernst sein. Luftschloss. Ey, was ist denn da geflogen? Hä? Was hast du geflogen? Nein, mein Baby. Nein. Was machst du? Was machst du? Nein. Hallo. Nein, oder? Ich bin so ein... Du hast uns nicht rausgeworfen. Ich bin aufgestanden und der ist automatisch nach hinten gegangen. Bist du ein Depp. Was? Du kannst doch nicht deinen Vater beleidigen. Das gibt Hausarrest, Mensch. Du bist so ein Depp. Nein, das gibt Hausarrest. Du bist so ein Depp. Das gibt Hausarrest. Ich wollte unbedingt zum Flugschluss. Das gibt... Hallo? Ich wollte unbedingt zum Flugschluss. Ja, weißt du was, Mensch. Du gehst jetzt erstmal hier schlafen, okay? Leg dich hin und dann gehen wir morgen nochmal, okay? So. Ja, genau. Bestimmt. Leute, in dem Sinne würde ich sagen, das wäre es gewesen mit dem Video. Mein Kind kann auch einfach mal nicht nett sein, ne? Es ist immer unverschämt. Man kennt es. Aber gut. Leute, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Like nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.